Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal der A&M Unternehmerberatung. Heute geht es um das Thema, macht es eigentlich mehr Sinn, Leads über Portale zu kaufen oder eigene Werbung zu betreiben, damit wir eigene Leads generieren können. Zum Start wollen wir euch erstmal erklären, was ist überhaupt ein Lead-Portal, was sind überhaupt Leads. Manche haben ja schon Leads gekauft, ist ja auch gerade im Bereich der Photovoltaikanlagen sehr bekannt, aber einige haben vielleicht auch noch gar keine Erfahrung mit Leads gesammelt. Was sind Leads? Leads sind einfach Kundenanfragen, das heißt wir haben Interessentendaten von Kunden, Name, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und diese Interessentendaten, die haben natürlich ihr Interesse geäußert, zum Beispiel jetzt an einer Küche und da kannst du als Fachfirma, als Handwerksfirma dann anrufen, um eine Beratung durchzuführen. Wie werden diese Anfragen jetzt generiert? Meistens machen die Portale, die heißen jetzt zum Beispiel Küchenangebotsvergleich, die machen hauptsächlich Werbung auf Google und wenn jetzt also ein Interessent in einer Stadt, wie jetzt zum Beispiel Hannover, nach Küchen Hannover sucht, dann landet er auf diesem Angebotsvergleich. Wenn er sich dort einträgt, dann werden die Daten dann an drei bis fünf Unternehmen weitergegeben, aber meistens die Interessenten, die tragen sich ja auch noch irgendwo bei Google ein. Für den Interessenten dahinter ist es natürlich eine super Sache, der kann mehrere Angebote vergleichen und sich da das beste Angebot für ihn raussuchen. Aber für dich als Fachfirma, wenn du jetzt diese Anfragen für 30 bis 80 Euro kaufst, dann werden die ja eben auch an andere Unternehmen weitergegeben und für dich ist es ja dann schwierig, dort die ganzen Interessenten abzuschließen. Ansonsten wollen wir einmal ganz genau auflisten, okay, was sind jetzt eigentlich die Vorteile von diesen Leadportalen? Genau, zu den Vorteilen bei den Leadportalen ist es im Endeffekt ganz simpel. Und zwar, man schadet natürlich, dass man ja eigentlich recht flexibler ist. Das heißt, du kannst halt im Endeffekt die Anfragenmenge natürlich bestimmen. Das heißt, du kannst halt schauen, okay, brauche ich jetzt zum Beispiel jetzt eher ein, zwei, drei Anfragen vielleicht pro Woche oder brauche ich dann doch vielleicht ja doch 20, 30, 50 oder auch 100. Die Frage ist auch natürlich davon wieder abhängig, wie viel kann dir das Leadportal auch liefern. Das ist natürlich auch eine Frage, die dann auch geklärt werden müsste. Aber wie gesagt, man ist flexibel, indem man das natürlich auch schon mal stärker halt bestimmen kann. Das heißt, man kann, wie gesagt, das dann eigene Wünsche stärker anpassen. Plus halt, wie gesagt, natürlich das Thema Laufzeit ist. Man ist im Normalfall, ist natürlich auch abhängig vom Leadportal, aber nicht sehr stark oder beziehungsweise lange an ein Leadportal gebunden. Das heißt, man kann es vielleicht monatlich oder in einem Quartalsweise kündigen. Dann dementsprechend, weil man es nicht mehr braucht. Dann ist natürlich der nächste Punkt, dass man logischerweise auch einen geringen Eigenaufwand hat. Was meine ich damit? Und zwar, dass man selbst sehr wenig dazu beitragen muss. Das heißt also, wie gesagt, das Leadportal macht natürlich ein eigenes Marketing, wo dann natürlich die Anfragen oder beziehungsweise auch die Leads dann gewonnen werden. Und als Handwerker bekommt man diese Anfragen dann einfach nur zugeschickt dann dementsprechend. Das heißt also, man hat dann, wie gesagt, alles wurde für einen schon fertig vorbereitet. Man hat dann die Anfrage mit den Kontaktdaten natürlich, also Name, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse, wie es natürlich Tim schon bereits gesagt hat. Plus natürlich dazu die weiteren Eckdaten, wie zum Beispiel halt, worum geht es da genauer und diese typischen Fragen, die natürlich schon mal vorher da abgeklärt wurden. So, genau. Als nächstes ist es natürlich gerade halt bei Leadportalen sehr lukrativ, weil man halt natürlich primär sozusagen über den Preis verkauft. Wieso? Weil die Leadportale natürlich ein sehr starkes Marketing betreiben, wo es halt natürlich darum geht, einfach sehr, sehr viele Anfragen zu gewinnen. Wieso? Weil sie ja natürlich ihr Geld damit verdienen, dass sie halt sehr viele Anfragen ja natürlich an Handwerker, wie zum Beispiel jetzt dich, dann auch natürlich auch weiterverkaufen. So, das heißt, das Ziel ist halt, wie gesagt, wirklich eine große Menge Anfragen zu gewinnen und dadurch betreiben sie auch oft ein Marketing, wo es dann heißt, hey, sichere dir das günstigste Angebot in deiner Region. Ja, oder vergleichen, 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 sparen, sparen, sparen oder ähnliches, also wie man es halt natürlich kennt dann online. Und dadurch, wie gesagt, hast du natürlich den großen Vorteil, wenn du halt natürlich gerade halt über den Preis verkaufen kannst, weil du dann natürlich den Kunden halt leichter für dich gewinnen kannst, weil halt, wie gesagt, auch oft natürlich dann auch teilweise auch, ja, man kriegt auch die eine oder andere Anfrage natürlich von dem Schnäppchenjäger. Einige von euch, die sind ja jetzt auch derzeit noch nebenberuflich tätig oder vielleicht als Start-up oder gerade neu angefangen, gerade für diese Unternehmen, die jetzt auch noch keinen großen Firmensitz haben, noch nicht viele Mitarbeiter, da kann es zum Start natürlich auch Sinn ergeben, dass man sich einfach ein paar einzelne Anfragen zukauft. Ja, so hat man eben keinen großen Zeitaufwand. Man ist vielleicht noch sehr über den Preis positioniert, ja, weil man eben wenig Fixkosten hat. Dann kann das am Anfang natürlich auch Sinn ergeben, dass man da gute Aufträge mitschreiben kann. Man kriegt ein paar gute Bewertungen darüber rein und somit kann man dann eben mit seiner Nebentätigkeit schneller starten oder zum Start eben besser, besseren Anlauf sozusagen nehmen. Genau, und zudem ist es auch so, wenn man natürlich auch bereits eine größere Firma zum Beispiel ist und ja, auch da natürlich auch schon eigenes Marketing auch betreibt, muss, kann es zum Beispiel auch trotzdem Sinn machen, Leads über Leadportale zu gewinnen. Wieso? Weil man da natürlich nochmal den Zufluss dann nochmal ein bisschen stärker bestimmen kann. Das heißt, wenn man merkt, okay, hier aktuell spüren wir, dass einfach weniger reinkommen wird, kann man da natürlich nochmal notfalls darauf zugreifen, ja. Und so bleibt man halt da natürlich nochmal flexibel dann dementsprechend. Wenn wir jetzt zu dem Bereich rübergehen, eigenes Marketing, was meinen wir damit? Wir meinen damit halt, dass wir auch im eigenen Firmennamen regional oder auch wenn man natürlich deutschlandweit unterwegs ist, dass man da im eigenen Firmennamen selbst die Werbung schaltet. Das kann man in-house abbilden, das kann man natürlich auch über eine externe Marketingagentur, wie beispielsweise über uns, über die A&M anbieten oder abbilden, meine ich damit. Was hat man da für Vorteile, dass wenn wir eigenes Marketing machen, dann ist ganz logisch, wenn sich die Interessenten darüber eintragen, dann sind diese Interessenten ja auch nur für uns. Die Daten, die werden nicht an irgendwen anders weitergegeben. Somit bist du da nicht von Anfang an direkt in der Vergleichbarkeit mit den anderen Firmen. Man kann natürlich nie ausschließen, dass der Interessent, heutzutage wird ja eben auch verglichen, dass der Interessent sich nochmal ein Gegenangebot einholt. Nur es ist ja eben was ganz anderes, wenn wir jetzt eben auch individuelles Marketing betreiben, eigene Marketingbotschaften nach außen kommunizieren. Warum sollte der Interessent zu uns gehen? Dann ist es ja eben so, dann entscheiden die sich ja nach diesen Alleinstellungsmerkmalen auch bewusst für die Firma, dass sie sich bewusst bei euch eben auch eintragen wollen. Und das hat halt den Vorteil, dass man dann gerade auch in den Beratungen nicht so viel Stress hat, weil eben der Interessent schon von vornherein Gegenangebote vorliegen hat. Genau. Also das Wichtige, was Tim ist hierbei, wie gesagt, meint mit zu uns, dass es sozusagen ihr damit als Handwerkerbetrieb euch einfach nach außen sehr stark einfach darstellt und damit natürlich auch automatisch auch einen Markenaufbau betreibt. Das heißt also, ihr werdet im eigenen Firmennamen dann dementsprechend auch bekannter. Ihr werdet, das Ziel ist halt, wie gesagt, auch wenn sich zum Beispiel mal eine Person halt nicht einträgt, ist es halt natürlich auch nicht die Welt. Wieso? Weil man damit trotzdem auch Werbung in seinem eigenen Unternehmensnamen auch die ganze Zeit auch gemacht hat. Ja, das heißt automatisch kann man auch dadurch natürlich auch günstigere Leads gewinnen, weil man natürlich selbst die Leadanzahl und also auch natürlich die Leadqualität auch dadurch nochmal viel mehr bestimmen kann durch den eigenen Prozess. Ein Beispiel wäre jetzt, wenn wir jetzt nur, wir bieten Küchen nur mit Natursteinarbeitsplatten an oder zum Beispiel nur Holzküchen oder eine bestimmte Form von jetzt Terrassenüberdachung, Lamellendächer, dann können wir auch gezielt das Marketing darauf abstimmen, dass wir jetzt sagen, Mensch, wir machen auch nur Werbung mit Natursteinarbeitsplatten oder nur für Lamellenüberdachung, damit wir dementsprechend auch nur diese Interessenten reinbekommen. Und dass wir dann auch in den Marketingbotschaften jetzt nicht über einen günstigen Preis verkaufen, wenn wir jetzt aber super im hochqualitativen Bereich unterwegs sind. Weil es macht ja jetzt nicht viel Sinn, wenn wir super hochwertige Küchen anbieten, dass wir dann Anfragen aus der Region bekommen, die eine Billigküche haben wollen und nach dem günstigsten Preis einkaufen wollen. Und gerade zusätzlich auch dieses Thema Markenaufbau, also wenn wir jetzt dauerhaft in der Region eingeblendet sind, dann speichert sich jetzt, wenn wir die ganzen Werbeeinblendungen bei den Leuten haben, speichert sich das ja auch unterbewusst ab, sodass eben die Leute wissen, okay, gut, das ist mein Experte für den Bereich der Küchen. Ja, ich habe den jetzt schon häufiger gesehen. Diese Person ist eher dazu geneigt, in Zukunft auch zu dir zu kommen, vielleicht auch mal in die Ausstellung vorbeizukommen. Und das haben wir, wenn wir jetzt einfach nur über ein Portal Anfragen kaufen, ist das Portal bei Google sichtbar. Wir können auch nur die aktiv suchenden Leute erreichen, die jetzt schon bewusst auf Google gehen und da sich beraten lassen wollen. Die würden aber vielleicht erst mal jetzt gar nicht suchen. Also manche Interessenten, die kann man ja gar nicht erreichen, weil die nur zu dir kommen, wenn die bestimmte Referenzen gesehen haben, die wir denen proaktiv einblenden. Sehen die, weil die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine, also die möchten es noch nicht, sondern wir zeigen denen eine super hochwertige Küche. Das war für die vorher noch nicht interessant, aber jetzt lernen die es kennen, weil die super tolle Bilder oder Videos von euch gesehen haben. Dann kommen die dann zu euch, die werden aber eben über Google gar nicht zu euch gekommen, weil die es nicht kennen. Und das ist auch eine Sache, wie wir es hier jetzt aufgeschrieben haben, zum Beispiel durch dieses proaktive Marketing können wir auch Dinge, die den Leuten nicht bewusst sind, wie zum Beispiel auch Förderung, gerade klassisch im Wärmepumpenbereich, können wir denen einfach mal aufzeigen. Wir können dir aufzeigen, okay, gut, du kannst jetzt eben mit gewissen Förderungen, kannst du dir bis zu 50, 70 Prozent für eine neue Wärmepumpe fördern lassen. Lass dich doch jetzt bei uns beraten in der Region. Und das bringt dann neue Anfragen rein, die du sonst nie bekommen hättest. Genau, plus, wie gesagt, könnt ihr damit auch natürlich viel individuell auf eure eigenen Vorteile eingehen. Ja, das heißt, ihr seid jetzt sozusagen nicht davon abhängig, wie das Leadportal selbst die Werbung macht, sondern macht, wie gesagt, sehr stark das in eurem eigenen Namen alles. Das heißt, ihr könnt, wie gesagt, bestimmen, wofür möchtet ihr überhaupt halt bekannt werden und welche Zielgruppe möchte ich dann natürlich auch nochmal genauer ansprechen. Ja, also wer ist euer Kunde, wie möchte ich ihn adressieren und für was möchte ich halt bekannt sein? Das ist auch ganz wichtig. Ja, gerade speziell innovative Produkte lassen sich mit so einem proaktiven Marketing super gut bewerben. Ja, manche, die machen Produkte, die da draußen jetzt nicht jeder kennt. Wenn jetzt jemand noch Solarzäune nicht kennt und wir machen dafür eine schöne Werbekampagne, dann kriegen wir da auf einmal super viele Anfragen rein, weil wir den Leuten aufzeigen können, Mensch, das gibt es, du kannst dir die Vorteile sichern, trag dich doch jetzt bei uns ein. Ansonsten zusätzlich, wenn das Portal mal sagt, wir haben keine Anfragen mehr oder wir erhöhen die Preise einfach auf das Doppelte, dann ist man von denen abhängig. Hat man das Marketing selbst in der Hand, können wir selbst steuern. Wir können festlegen, wie viele Marketingbudgets wollen wir ausgeben, wie häufig wollen wir im Monat in der Region sichtbar sein, wo wir dann aus Erfahrungswerten ja auch steuern können, wie viele Anfragen bekomme ich denn im Monat überhaupt rein. Das heißt, wenn du nächsten Monat Kapazitäten hast, du bekommst einen neuen Mitarbeiter hinzu, du möchtest mehr Aufträge schreiben, dann kannst du dein Marketing bewusst hochdrehen und bekommst dann auch mehr Anfragen rein, um mehr Aufträge zu schreiben. Genau, und zudem ist es auch außerdem so, man ist ja dann, wie gesagt, auch noch aus einer weiteren Sicht vom Leadportal abhängig, und zwar, wenn man zum Beispiel einen anderen Konkurrenten in seiner Region hat, der dann auch diese Anfragen vom Leadportal auch bezieht und der zum Beispiel aber sagt halt, hey, ich möchte jetzt aber mehr Anfragen zum Beispiel jetzt abnehmen, als ihr es dann dementsprechend tut, dann wird der natürlich auch stärker vom Leadportal auch logischerweise auch bevorzugt. Das heißt, es kann zum Beispiel kommen, wenn das Leadportal dann merkt, hey, wir kriegen zum Beispiel nicht so viele Anfragen einfach in der Region, dann kann es auch zum Beispiel sein, dass ihr gar keine Anfrage dann bekommt. Euer Konkurrent wiederum aber schon. Und das ist halt, wie gesagt, auch ein entscheidender Punkt, wodurch ihr euch mit eigenem Marketing auch natürlich schon mal unabhängiger machen könnt und selbst halt auf euch den ganzen Fokus legen könnt in der Region. Das haben wir auch schon in vielen Beratungen gehört, dass es dann große Mitbewerber gibt, die kaufen dann die ganzen Leads dort auf, dann bleiben eben für euch als etwas kleinere Firma vielleicht gar keine Anfragen mehr übrig. Oder es ist eben auch so, dass die Quoten super schlecht werden. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch gehört, dass manche, die kaufen Anfragen für 60 Euro, brauchen aber dann 20 oder auch mal 30 Anfragen, um einen Auftrag zu schreiben. Und dass es ja am Ende des Tages geht, das dann von eurem Profit natürlich weg. Wenn wir jetzt erst mal 1200 oder 1800 Euro pro Kunde dann unterm Strich ausgeben müssen, haben keine Sichtbarkeit in der Region, gewinnen einen Kunden darüber, dann haben wir am Ende des Tages, wenn wir sonst vorher 5000 Euro Profit hatten, haben wir dann auf einmal eben nur noch 3000. Ja, jetzt grob gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal 30 oder vielleicht auch mehr Anfragen brauchen. Und das müsste man dann natürlich da auch mit einberechnen und macht dann vielleicht auch Sinn, sich nach anderen Maßnahmen umzuschauen, wo wir dann unterm Strich eben pro Kunde günstiger rauskommen und dann auch noch zusätzlich die Sichtbarkeit und das Branding in der Region haben, Anfragen auf einen selbst abgestimmt sind und nicht die ewige Hin- und Herfahrerei haben, weil wir natürlich auch in den Gesprächen sehr häufig hören, ich muss erst mal 20, 30 Interessenten anrufen, ich fahre von Interessent zu Interessent hin und her, mache eine super Beratung, ich helfe denen und am Ende kaufen sie dann aber woanders. Ja, plus zudem ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man allein schon, wenn man die Anträge bekommt und man jetzt zum Beispiel nicht gerade der Schnellste ist oder nicht der Erste ist, der gerade anruft, dann heißt es schon so, ja sorry, Sie sind aber schon der Fünfte, der sich heute bei mir meldet, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf als Kunde. Und das ist auch wieder so eine Problematik, weil man halt weiß, okay, man ist halt automatisch in einer größeren Konkurrenz und dadurch, weil der Kunde ja nicht genau weiß, okay, wer wird sich natürlich bei ihm melden, vielleicht habt ihr natürlich auch ein viel besseres Angebot, aber da sich natürlich schon bereits andere oder also weitere Handwerksbetriebe auch bei ihm schon gemeldet haben, bei dem Kunden, hat er da auch vielleicht schon keine Lust mehr, sich noch ein weiteres und noch ein weiteres Angebot einzuholen und ist dann vielleicht auch schon dadurch auch desinteressiert und ihr habt natürlich auch da schon auch Geld natürlich für die Anfrage auch bezahlt, was ja auch ärgerlich logischerweise ist. Genau. Plus vielleicht, was man auch an sich, sage ich mal, über Leadportale und eigene Marketing auch nochmal konkreter wissen sollte, ist, dass Leadportale einen sehr standardisierten Prozess haben. Das heißt also, die Anfrage wird immer über den gleichen Weg gewonnen. Das heißt, man kann diesen Weg halt super finden, ja, man kann diesen Weg aber zum Beispiel auch nicht so gut finden, weil man merkt, okay, ich brauche zum Beispiel wirklich, wie Tim mir das ja zum Beispiel gesagt hat, ich brauche 20, 30 Anfragen, um überhaupt einen Abschluss natürlich zu machen, was natürlich auch schon wieder halt sehr teuer ist. Ja, beim eigenen Marketing wiederum kannst du es halt so machen, dass du natürlich die Qualität als auch die Quantität der Anfragen bestimmst. Das heißt, du kannst halt sehen, okay, was brauche ich für konkrete Informationen vorweg von dem Kunden, ja, und wenn der Kunde natürlich nur diesen Kriterien entspricht, dann passt der auch für mich. Und dann brauche ich natürlich nicht diese weiteren noch 10, 20 Anfragen oder wie viele das zum Beispiel auch in dem Fall sind, ja, weil die zum Beispiel sowieso halt nicht zu mir passen. Das kann ich halt dadurch natürlich nochmal stärker beeinflussen. Man kann ja auch ganz konkret sagen, gut, mache ich jetzt Küchen ab 20.000 Euro, dass die, wenn man eben eine vorherige Preisvorstellung abfragt, dass die, die unter 20.000 Euro die falsche Preisvorstellung haben, da gar nicht durchkommen, ja. Vielleicht haben wir dann etwas höhere Anfragenpreise. Wir wissen aber, die Anfragen, die reinkommen, die passen genau zu uns als Firma. Denen können wir das eben anbieten, was die schlussendlich auch haben wollen oder das, was wir anbieten, ist für diese Interessenten interessant und somit sparen bei uns dann auch das ewige Hin und Her. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen sehr guten Einblick bekommen, was die Unterschiede von Leadportalen zu einem eigenen Marketing eben sind, was für euch jetzt derzeit da auch besser in Frage kommt. Solltet ihr Unterstützung eben auch brauchen, wenn es um das eigene Marketing geht. Wir sind hier eben die Profis. Wir betreuen gezielt nur Handwerks- und Fachfirmen. Dann tragt euch bei uns gerne auf unserer Webseite ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, um zu schauen, ob wir euch da weiterhelfen können. Genau. Und damit bedanken wir uns natürlich, dass ihr euch das Video angeschaut habt und dann natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.